Wer ist immer für eine tolle Geschichte zu haben? Richtig, Winnie-Pooh! Oh, wie schön! Und was macht ihr mit tollen Geschichten? Klar, ihr lasst sie euch vorlesen. Aber wer liest die Geschichten am besten vor? Genau das wollen wir von euch wissen. Beim großen Gewinnspiel Vorlesen mit Winnie-Pooh. Eine wundervolle Idee! Mitmachen ist ganz einfach. Geht zusammen mit euren Eltern auf disneychannel.de und sagt uns, wer euer Lieblingsvorleser ist. Vielleicht ist es eure Mama, euer Papa, jemand von euren Großeltern oder sogar die Geschwister. Mit ein bisschen Glück könnt ihr eins von fünf Fan-Paketen gewinnen. Also los, jetzt mitmachen auf disneychannel.de. Viel Glück!